Servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute werden wir mal das Sägewerk benutzen. Hinter mir steht es schon. Ich muss noch ein paar Vorbereitungen treffen. Sprit, Wasser einfüllen. Ausgerichtet ist es bereits auf den Beinen und damit werden wir jetzt mal anfangen. Ich bin mal gespannt, wie gut es heute funktioniert. Also begleite mich doch gerne auf dem Weg, wie ich das Sägewerk zum ersten Mal benutze. Als erstes werde ich jetzt mal das Benzin reinfüllen und dann kommt noch ein bisschen Wasser rein, denn das brauchen wir ja für die Kühlung. Hier kommt eine Schraubzwinge dran, denn das Sägewerk darf nicht so weit fahren, wie das Bett lang ist, denn sonst fahre ich hier gegen eine Stützlaut. Ich muss das Sägewerk auch noch eine Rasterung höher stellen, denn das soll relativ plan stehen. Ich will nämlich nicht, dass es einfach unkontrolliert wegkommt. Ich starte das Teil jetzt einfach mal und schaue, ob das Dragging noch nach der Fahrt gleich geblieben ist. Wenn nicht, werde ich es merken und muss es nachstellen. Bevor wir jetzt so richtig mit dem Sägewerk loslegen können, gibt es noch eine kleine Unterbrechung, denn Säfdes hat das alles heute mit unterstützt, mit möglich gemacht und deswegen bekommt ihr hierzu ein paar Informationen, was Säfdes eben alles so kann. Säfdes ist eine digitale Buchhaltungssoftware für selbstständige, Freiberufler oder auch Startups. Das bedeutet, wenn du in der Zukunft planst oder jetzt schon an Größenprojekten arbeitest, dann wird es zwangsläufig zu vielen, vielen Ausgaben kommen und hier ist Säfdes dein Partner, denn mit dieser Buchhaltungssoftware kannst du die ganzen Ausgaben, Belege, Angebote, Rechnungen sehr, sehr einfach und schnell vor allen Dingen bewältigen. Wenn der Monat vorüber ist, das Quartal vorbei ist oder das Jahr schon wieder zu Ende ist, da habt ihr hier natürlich keine Schwierigkeiten mit eurem Steuerberater, denn ihr könnt einfach die ganzen Dateien exportieren und könnt das eurem Steuerberater zukommen lassen. Das bedeutet, ihr seid ja auch für die nächsten Jahre gut aufgestellt. Hier eine kleine Preview. Das ist ein Projekt, was aber nicht nur ein Projekt war. Hierfür musste ich auch ein Angebot erstellen, musste das im Nachhinein abändern und all diese Funktionen, die ihr halt generell braucht, wenn ihr selbstständig seid und Angebote zum Beispiel erstellen möchtet, habt ihr hier geboten und viele weitere Funktionen, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, Säfdes mit eurem Smartphone zu benutzen. Ich benutze es größtenteils am Computer, aber ich benutze die App ganz gerne, wenn ich mal ältere Holzpreise mit den aktuellen Holzpreisen vergleiche, denn ich habe ja alle Belege eingescannt. Das bedeutet, ich habe die ganze Zeit, in der ich Säfdes schon benutze und da habe ich auch die Belege von meinem Holzleveranten von 2019 in meinem Smartphone und da schauen wir einfach mal gerade kurz, was das Multiplex noch 2019 damals gekostet hat. 2019. Schauen wir mal, was ich damals gekauft habe. 2019 habe ich zum Beispiel ganz, ganz viele Siebdruckplatten bestellt und die haben da jetzt in dem Fall, was war ich denn da bestellt, 21,88 Quadratmeter und die haben um die 300 Euro gekostet und das sind halt eben Preise, die habe ich auch über die nächsten Jahre immer dabei, weil ich habe mein Smartphone ja eh immer dabei. Die Buchhaltungssoftware ist online, das bedeutet, ihr habt eure ganzen Dokumente immer dabei und habt halt eben die Möglichkeit, schnell darauf zurückzugreifen. Die automatische Belegerfassung, integriertes Online-Banking oder die Schnittstelle zu eurem Steuerberater, das sind natürlich nur ein paar Funktionen, die Säfdes bietet. Wenn du weitere Informationen haben möchtest, dann schau gerne mal in die Videobeschreibung, dort kannst du auch ein bisschen Geld sparen, wenn du dir Säfdes dann halt eben holst. Ein riesen Dankeschön geht an die Firma Säfdes, die mich und dieses Projekt hier unterstützen und ein großes Dankeschön geht auch an dich, meinen Zuschauer und jetzt geht es mit dem Projekt weiter. Viel Spaß! und jetzt geht es mit dem Projekt weiter. und jetzt geht es mit dem Projekt weiter. Ich werde gleich ein bisschen was dazu sagen, ich werde jetzt erstmal noch einen Stamm holen und den auch aufschneiden. Oh, warum muss denn das immer alles so schwer sein? Oh! Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich habe jetzt noch ein bisschen mit dem Sägewerk geschnitten, ich habe aber leider einen Fehler gemacht und zwar ist hier die Stütze, wo das Stück Holz angedrückt wird und die war zu hoch und jetzt ist das Blatt schimpft und jetzt kann ich nicht mehr schneiden. Ich denke, ich habe aber trotzdem ziemlich viele Eindrücke jetzt vom Sägewerk in dem Video schon gesammelt. Ich muss ehrlich sein, das ist für mich auch nochmal so eine Herausforderung, das hier zu filmen, weil ich habe nicht mein Mikro richtig dran und da vergisst man ganz, ganz schnell, wie viele Minuten man hier schon filmt. Deswegen sorry, wenn das heute ein bisschen weniger Erklärung war. Ich zeige euch jetzt aber trotzdem mal, was ich geschnitten habe und genau, wir gehen einfach mal noch alles so ein bisschen durch. Alles Lindenholz, ziemlich viele Bohlen und ich bin echt ganz happy, wie das Ergebnis geworden ist. Hier diesen Stabil habe ich ja noch 30 mm geschnitten, das habe ich aber dann nicht mehr gemacht, weil es dauert auch viel zu lange, das zu schneiden und 30 mm ist schon relativ wenig. Die hier haben jetzt so 48 mm und ihr seht, das sind einige Scheiben und die werden wir jetzt mal noch einräumen, damit hier alles mal wieder einigermaßen ordentlich ist. Hier muss man auch dazu sagen, hier wird ein bisschen Brennholz dabei sein, weil ich sage mal, bei manchen Scheiben ist halt auch viel der Wurm drin, weil die Stämme jetzt schon echt lange hier liegen. Und genau, ich werde einfach alles so gut verwerten wie möglich. Hier liegen dennoch jetzt noch ein paar Stämme, aber wie gesagt, die kann ich jetzt nicht mehr schneiden, weil mein Band stumpf ist und ein paar von denen werde ich auch allein nicht da drauf hieven. Mir knallt jetzt schon das Kreuzschuh wieder so ein bisschen durch, weil das Letzende ist halt, die Stämme hier über den Boden zu ziehen und dann sind sie halt nochmal gefühlt ein bisschen schwerer. Hier sind auch ein paar Stämme dabei, die sind, das wird Brennholz sein, hier ist viel Brennholz sowieso schon dabei, ein paar Stämme sind eh viel zu kurz und genau, ich will jetzt einmal Ordnung reinbekommen, und deswegen wird das ein oder andere Stück Holz dann noch gleich geschnitten, weil ich brauche schließlich auch ein bisschen Brennholz. Hier seht ihr das zum Beispiel, das hier wird alles Brennholz, aber ich habe ja einen Holzspalter, da werde ich auch in Zukunft irgendwas für bauen und vielleicht zeige ich euch mal, wie ich hier raus dann Brennholz mache. Da sind ein paar Stämme dabei, die ich schneiden möchte. Oh, guck mal, da hat das Stammgeläht. Ui, das ist aber ein schöner Tunnel. Das ist schon geil, wie schön die Tiere da so Tunnel hier lang buddeln können. Gutes Beispiel, der ist zu kurz, daraus werde ich jetzt schlussendlich Brennholz machen, weil das ist alles zu viel. Daraus werde ich auch ein bisschen Brennholz machen. Da ist noch ein größerer dabei, den kann ich noch schneiden. Dieser Stamm hier, der war echt ziemlich ätzend. Weil ihr seht, ja, der ist irgendwie, ja, der ist ziemlich dick. Mal schauen mal kurz. Der hat 60 Zentimeter, so in dem Dreh. Und so schwer ist er dann noch. Ein Kollege hat mich mal gefragt, wie ich das ganze Holz hier hinbekommen habe. Die Antwort ist relativ simpel. Mit dem Anhänger beifahren, mit dem Sappi das Ding rausziehen. Blöderweise habe ich genau den auch heute vergessen, deswegen war es umso blöder. Und dann halt einfach alles auf dem Anhänger draufdrücken. Und wenn man hier ist, wieder alles vom Anhänger runterdrücken. Ziemlich mühselig, aber was macht man nicht alles, wenn man ein bisschen Holz haben will. Ich zeige euch mal noch was Cooles. Ich habe vor, ich glaube mittlerweile zehn Jahren mit der Motorsäge, das war der allererste Stamm, den ich aufgetrennt habe. Und seitdem liegt er genau dort hinten. Das ist ein A-Hornstamm. Der war so schwer. Ich hatte zwei Tage lang Rückenweh. Wenn ihr einen Vorschlag habt, was man mit dem Anhänger hier machen könnte, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das wäre glaube ich ganz cool, irgendwie so als fahrende Werkstattkiste, wenn man irgendwie was umbaut. Weil der ist halt super, super klein. Der ist wirklich klein. Der kann nur 400 Kilo zuladen. Und dafür hat er aber echt tolle Abmaße. Und wenn man da einen Aufbau drauf machen würde, dann würde man den auch hinter dem Anhänger sehen. Weil der ist so klein, den sieht man nicht hinten. Deswegen kann man mit dem auch in den Rückwärts fahren. Deswegen benutze ich den noch nie. Blitzekleiner Fun Fact, die Reifen, die hier auf dem Anhänger drauf sind, das sind sogar glaube ich die gleichen wie auf meinem Sägewerk. So, was war dieses Mal cool? Zum Glück habe ich die ja eingekürzt. Die Länge hier ist wirklich richtig gut. Hier muss ich das Ganze mal nochmal festmachen. Das hat sich die ganze Zeit ein bisschen gelöst. Die Kühlung, da merkt man richtig oder man hört richtig, wenn man die benutzt, dass das Band leiser und ruhiger läuft. Und was grundsätzlich die Ebenheit des Schnitzes angeht, richtig gut. Richtig, richtig gut. Also ich sage mal, Holz bewegt sich ja eh immer so ein bisschen. Aber auf dieser Breite hier ist das schon richtig, richtig gut. Je nachdem, wie fest ich gedrückt habe, hatte ich manchmal so eine Bananenform da drin. Aber das hat tatsächlich relativ viel mit dem Vorschub zusammengehangen. Der E-Starter ist zwar verbaut, aber ich brauche noch eine Haltung für die Batterie. Das habe ich jetzt gestern nicht mehr fertig gemacht, denn gestern habe ich hier sowieso alles einmal fertig gemacht. Die Höhenverstellung funktioniert richtig gut. Da bin ich mir trotzdem aber noch so am überlegen, ob ich da eine elektrische Höhenverstellung mache. Denn das ist schon ein bisschen Kurbelerei, bis man wieder oben ist. So, wenn man die einzelnen Schnitte macht, da ist es vollkommen okay. Aber wenn man einmal von ganz unten nach oben fährt, ist das ein bisschen mühselig. Das gleiche gilt mit dem Vorschub. Ich schaue mal, ob ich da vielleicht einen Seilvorschub noch ranknoddeln kann. Ich will das Ding aber nicht mehr in die Werkstatt stellen, weil jetzt werde ich einmal schön aufräumen in der Werkstatt. Und dann wird dort auch kein Platz mehr sein, dass das Sägewerk da monatelang drin steht. Aber vielleicht kann ich da irgendwas bauen, dass ich dann einfach das mitnehme, ein paar Löcher bohre und das dann montiere. So wie das Ganze hier steht, macht das wirklich einen sehr, sehr soliden Eindruck. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze performt, wenn ich mal längere Stämme benutze. Ich werde mal schauen. Vielleicht wird das dann auch ein eigenes Video. Also sehr wahrscheinlich. Weil ich sage mal, die Stücke, die ich jetzt geschnitten habe, sind ja nicht so mega praktisch. Das Holz sollte schon so 1,80 Meter oder 2,20 Meter lang sein. Das wäre eine gute Größe für das Sägewerk, was man dann noch danach gut hantieren kann. Wie gesagt, mein Ziel damit ist es halt zu arbeiten, ohne dass ich danach zwei Tage Kreuzweh habe. Das hier hat auch sehr gut alles funktioniert. Das Band ist nicht durchgedreht. Das hier hält alles noch sehr, sehr gut. Also unterm Strich ein Sägewerk, was auch sägt. Wir hatten sich das Blade-Tracking so verhalten. Also normalerweise legt man da eine Schiene drauf und die muss dann halt eben auf einer Länge von zwei Metern, muss die ganz plan sein. Das habe ich nicht gemacht, weil ich keine Schiene habe. Und ich habe hier auch nicht so eine extrem hohe Bandspannung. Sie hat jetzt gut funktioniert tatsächlich. Aber ich habe halt diese Einstellungsmethode nicht gewählt. Ich habe einfach geschaut, wenn der Schnitt am Schluss nach oben wandert. Also ich bin ja vom Stamm runtergefahren und dann, wenn das Band so nach unten schnirrt, weiß man ja, dass man nach oben geschnitten hat. Dann habe ich einfach das hier runtergestellt. Mit dieser Schraube kann ich das Profil hier nach unten drücken und somit zeigt das Band nicht mehr übertrieben gesehen in die Richtung, sondern in die Richtung. Und wenn am Schluss der Stamm nach oben verlaufen ist und ich das Ganze ein wenig nach unten gestellt habe, dann habe ich wirklich schön gerade geschnitten. Und das hat echt ziemlich gut funktioniert. Das Sägewerk steht sehr stabil. Also da gibt es auch überhaupt keine Bedenken. Ich bin, wie gesagt, als ich auch nach eben angekommen bin, habe ich das Band nicht eingestellt. Ich habe ein bisschen nachgezogen, was die Spannung angeht. Und dann das Tracking wegen der Spannung eingestellt. Aber als ich angekommen bin, hat das alles funktioniert. Also ich bin hier angekommen, habe das alles abgespannt und es hat funktioniert. Und so sieht das Ganze aus, wenn es noch fertig geschnitten ist und gestapelt ist. So, das soll es für heute gewesen sein. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Sägewerk findet. Also ich bin echt mega, mega happy. Jetzt noch vielleicht ein paar Mini-Mini-Sachen verbessern und dann läuft das Ding richtig, richtig gut. Und dann brauche ich bald nur noch ein bisschen mehr Holz, um halt eben mehr Holz schneiden zu können. Hier verlinkt ich dir jetzt noch zwei weitere Videos. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss!